So beginnt die Geschichte des Einen Rings, geschmiedet für den dunklen Herrscher, um ganz Mittelerde zu beherrschen. Doch selbst während das Böse dieses Land verschlingt, gibt es noch immer einen Helden, der uns retten kann. Nein, nicht der. Und auch nicht der da. Und auch nicht sie. Und erst recht nicht das da. Nein, nein, der Große. Nein, auch nicht der. Der Hobbit. Ach komm schon, der andere Frodo. Ja, ja, ja. Er ist derjenige, der diese Bürde tragen muss. Und somit, nun beginnt das Abenteuer. Nicht am Bart. Nein, kein Schatz. Nein, kannst nicht. Vorbei. Lego, der Herr der Ringe. An diesem Hobbit ist mehr dran, als das Auge sieht. Mieter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017